Es wird ein aufregender Tag für diese Kühe in Schäffau-Kalkofen. Erst steht eine Spazierfahrt mit dem Bulldog an und danach gibt's noch eine Bootspartie auf dem Staffelsee. Dafür treibt Bio-Landwirt und Zimmerer Michael Weiss sie erst einmal auf den Hänger. Viel zu tun, bis die ganze Herde sicher ihre Sommerweide auf der Wirt-Insel erreicht. Das Schwierige ist immer, wenn wir ihn am Ufer anlegen und so eine junge Kälber waren noch nie drüben, weil die kennen die Materie Wasser halt eigentlich nicht. Da haben wir letztes Jahr mal einen Fall gehabt, der ist neu, da war er schon bis dahin drinnen, aber dann hat er zum Glück wieder oben drauf. Das ist immer ein bissel, sag ich mal, dann ist es halt ein bissel spannend. Und jetzt schauen wir, dass wir jetzt alle drauf kriegen. Unruhe im Winterstall, doch als eine ranghohe Kuh vorangeht, folgen die anderen ohne Zögern. Nur die Jungtiere kennen das Prozedere noch nicht und hauen ab. Und plötzlich legen auch die anderen Kühe wieder den Rückwärtsgang ein. Machen wir noch mal einen Versuch. Jetzt war es doch schon drüben, zieh auch noch mit. Das Spielchen beginnt von Neuem. Geschafft, die Kühe sind auf dem Hänger. Doch ausruhen kann sich Michi Weiß noch nicht, denn nun beginnen ein paar Rindviecher die anderen zu drangsalieren und ins Eck zu schieben. Das ist eine sehr ranghohe Kuh, die brauchen wir, dann ist Ruhe. Und wieso will die da rangeln? Weil die anderen rangwidrig sind und auf die hat es sich halt immer abgesehen. Einmal angebunden wird's friedlich auf dem Hänger. Michael Weiß Senior hilft mit und gibt ihm die Glocken. Werden die extra für den Viehtrieb auf dem Staffelsee angelegt? Das hat den Grund, die Insel ist ja relativ groß und dass ich finde, wenn ich in der Früh vor der Arbeit zum Nachschauen rübergehe, dann höre ich halt an sie auch genau, wo sie da sind sie. Naja, ein bisschen aus Tradition auch, weil so muss man werdenfalls, gehört einfach eine Glocken dazu, wenn sie auf der Wart sind. Eine brauche ich die noch. Neben den Mutterkühen und ihren Kälbern kommen später auch noch 25 Perseider-Gebirgsziegen und 40 Bergschafe auf die Insel Wörth. Doch noch sind die Lämmer so klein, dass Michi Weiß Angst hat, dass sie vom Fuchs geholt werden oder dass Kolkraben ihnen die Augen aushacken. Eigentlich ist jetzt alles bereit, nur die Reifen sind fast platt. Na dann, Luft rein und los geht's. Auf dem Hänger wär noch Platz für weitere Kühe, doch mehr als sieben Tonnen darf das ganze Gespann nicht haben, sonst besteht die Gefahr, dass die Fähre bei Wellengang plötzlich Wasser schöpft und alle in Seenot geraten. Los geht's. Von seinem Hof in Schöffau-Kalgrofen braucht Michi Weiß mit dem Bulldog rund eine halbe Stunde bis nach Seehausen zur Halbinsel Burg. Vom dortigen Campingplatz aus ist die Fahrt rüber zur Insel Wörth am kürzesten. Es ist das dritte Mal, dass Michis Kühe als lebende Rasenmäher auf die Insel kommen. Sie lösen die Auerochsenherde ab, die vorher dort geweidet hat. Denn die hat große Trittschäden verursacht. Die Murnau-Werdenfelser Rinder sind leichter und genauso gut als Landschaftspfleger geeignet. Viehtrieb auf dem Staffelsee. Kein Wellengang, alles läuft glatt. Ein Ritual wird nun bei jeder Überfahrt vollzogen. Jedes Tier bekommt ein wenig Weihwasser auf den Kopf. Das machen wir schon immer so und ist noch nie was schiefgegangen, seit man es halt machen. Im ersten Jahr ist ein Ziegenbock ertrunken, aber seit dem Weihwasser gibt's keine Verluste mehr. Bis zum Herbst soll die Mutterkuhherde samt Stier über die Insel ziehen und die Wiesenflächen vor Verbuschung schützen. Ankunft auf der Insel Wörth, nun heißt's aufpassen, dass alle Tiere sicher an Land kommen. Alles kein Problem. Auch mit den Feuchtgebieten hier kommen die genügsamen Tiere mit ihren ausgesprochen und harten Klauen gut zurecht. Genau, jetzt sieht man, wie sie schön hupfen eigentlich. Die Murnawerdenfelser Rasse ist eigentlich hauptsächlich übers Kloster Ettal und die Insel Wörth, sag ich mal, war ja auch mal ein Kloster drauf. Jetzt weiß ich nicht, wie die Verbindung da dazu war, aber das ist ja, sag ich mal, unsere Rasse, unser Schlag von unserem Gebiet da und es ist ja auch ein relativ geschichtsträchtiger Ort, Insel Wörth und ich schätze, dass die letzten 200-300 Jahre Murnawerdenfelser draufgestanden sind und jetzt stehen sie halt wieder alle drauf. Genau. Ich glaube, das passt ganz gut. Dreimal müssen Michi Weiß und seine Helfer die Tour machen, bis alle 20 Tiere auf der Insel sind. Die alte Haustierrasse erobert sich ihre Insel zurück. Dieser junge Stier hat schon gute Arbeit geleistet. Vier Kühe sind bereits trächtig und werden bald ihre Kälber gebären. Als Futter genügt den Rindern das, was sie hier finden. Wasser gibt's auch genug. Ein Platz, um sich tierisch wohlzufühlen. Die Insel ist nur mit dem Boot zu erreichen. Unter Wasser sind noch Pfähle eines alten Holzstegs zu erkennen, der früher über die Jakobsinsel bis hinüber nach Wörth reichte. Bei der letzten Fuhrer bereitet ein kleiner Passagier Michi Kopfzerbrechen. Das ist eine Kuh dabei, die hat vor einer Woche erst einen Kalb gekriegt. Das Kalb darf den Anschluss zu der Kuh nicht verpassen. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, nicht, dass der in eine ganz andere Richtung rennt. Deswegen sind wir jetzt ein paar Leute, nicht, dass das Kalb noch im See ertrinkt. Da kommt's, das jüngste Mitglied dieser Murnau-Werdenfelser Herde. Der See interessiert es zum Glück gar nicht. Erst mal schauen und dann ab durch die Mitte. Michael Weiß behält das Kalb genau im Auge. Und plötzlich verschwindet es Richtung Wald. Ob Michi mit seinem Hirtenruf die Herde wieder zusammenbringt? Hey! Hey! Ich hab mir gesehen, sie ist da allein davon, bis sie die Mutter wieder gefunden hat. Und dann passt's wieder. Jetzt sieht man's ja, da hinten stehen sie. Jedes Jahr ist das schön, wenn sie wieder draußen sind. Herrlich, ja. Aber wenn man das sieht und man sieht andere Sachen, das ganze Jahr im Stall drin und so, das wär nix für mich. Jeden zweiten Tag wird Michi nun nach seiner Herde schauen. Doch die robusten Murnau-Werdenfelser kommen auch gut allein zurecht. Danach dir den Tag an denriaぁ. Ach ja, der ist jetzt vergleichbar. Sie haben sie nicht im Stall. Aber der ist nicht so, dass sie sich nicht nur nochen ich. Wenn sie nicht. Ich erinnere mich, nicht nur noch nicht. Men es liegt mit deinem Laufte, ohne pessoaler Konferenz. Vielen Dank.